Meistens, wenn ich in die Unternehmen komme, und da wird Omnichannel gesagt, kommt im nächsten Satz, naja, wir haben hier unsere Standardprodukte, es sind viele Kanäle entstanden, hilf uns mal, diese Produkte auf diese Kanäle zu verteilen. Das ist aus einer Versicherungsstudie entnommen, Sie sehen diese ganzen Schnittstellen. Das ist wichtig, natürlich, die Produkte auf die Kanäle zu verteilen. Das Problem ist, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, haben wir ungefähr 20% der Digitalisierung überhaupt im Fokus, 80% nicht. Und ich möchte Sie auch auf diese 80% hinweisen, weil ich glaube, in diesen 80% entsteht Service, nicht in diesen 20% der Verteilung da.